Was war das für ne Scheiße? Ich drücke umschalt, ich bin tot. Äh, verstehe ich nicht. Das verstehe ich, ich hab ja auch angefangen, das verstehe ich nicht. Halt, halten wir. Ah! Öffnet das Tor! Der Generalhauptmann reist nach Urbino! Buona fortuna, Padron Cesare! Machiavelli wird sicher schwer enttäuscht sein. Was? Was? Schieffern. Was? Öffnet die Zelle. Wie verlief eure Reise? Wart ihr in Cesares Privatkutsche? Ihr seid erbärmlich, Lucrezia. Worüber hat er geredet? Seine Pläne für Napoli? Gefielen sie euch? Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Das wird euch eine Lehre sein. Sperrt ab und gebt mir den Schlüssel. Wart ihr nehmt? Was ist das? 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 Was? Ich bin sehr leicht und wer good atreinend zu lassen, also kommt ihr mit mir. Doch solltet ihr schreien, werde ich euch die Zunge abschneiden. Jetzt! Don! Ja. Rettet ihr jetzt Prinzessinnen aus Burgen? Haltet ihr das für Heldentaten? Herumzurennen und willkürlich zu morden? Jetzt! Ich will ihn! Schnell! Das war's für euch, Auditore! Wisst ihr, was aus dem Pazzi wurde, als eure Jagd beendet war? Euer treuer Freund Lorenzo nahm ihnen alles und baust ihn in Kerker. Selbst die, die nicht Teil der Verschwörung waren. Die Frauen durften nicht heiraten und von den Gräbern wurden die Namen entfernt. Auf den Geschichtsbüchern getickt. Pippen! Einfach so! Ja, passt ihm! Sofort runter hier! Schnell! Ihr habt die Auswirkungen eurer Taten ignoriert. Bereit, alles in Gang zu setzen, aber Unwilliges zu durchschauen. Cesare wird beenden, was er begann und Italien Frieden bringen. Er tötet für einen höheren Zweck, anders als ihr. Die Unwissenden sind leichte Ziele. Was soll's, meine Worte sind vergeudet. Hippokriter. So eine Sau, Alter. Hör mal weg zu gehen. Oh, das ist bestimmt noch mal. Oh, das ist bestimmt noch mal. Hehehehe. Nein. Salute, Lucrezia. Ich habe euch vermisst. Vaya farti fortere, Troja. Ist mir ein Vergnügen. Bring sie her, ich nehme den Schlüssel. Wow, stilvoll. Wache! Wache! Ich habe genug gehört! Kannst du laufen? Nein. Ich schätze, wir gehen vorne raus. Warte, hier. Als hätte ich eine Wahl. Was tut ihr denn, Hezio? Warum rettest du mich? Ohne Vorlie bin ich nutzlos für dich. Du hast Familie. Es ist nicht deine Familie. Diese Nacht in der Villa. Ich musste mir deine Gunst sichern, um Vorlieb zu schützen. Stopp ihn, Ragazzi! Verstehst du? Was, Hezio? Die Politiker. Natürlich, ich wusste es. Du musst nichts erklären. Kommt, Ezio, hier lang! Ezio, hierher, Perfavore! Wag es nicht! Huuuua! Halt! Stehen bleib! Willi, Udi, Putt! Ich werde auf dem Weg in die Drittário spielen. Das ist das, was ich mir hatte. Da war ich mir. Ich hab dir das. Ich hab dir das. Es wird von dort drüben geöffnet. 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 Geh! Zuschlagen! Es wird von dort drüben geöffnet. 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 Was war das? Schnell, zurück zum Kastello! Danke! Danke! Geh! Geh! Los! Geh! 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 Gah! Geh! Geh! Was? Okay, ich kann es.